... Musik ... Herzlich willkommen zur neuen X-Mas Special-Folge exklusiv mit Wonder Woman Eskel am Telefon, am Apparat, am Start, meine ich. Türchen 16. Türchen 16. Das ist eine Barbie-Kassette von Frank. Vielen Dank fürs Zusenden. Vielen Dank. Auf los geht's los. Barbie wird prima Ballerina. Haben wir gestern noch angehört zusammen, wo wir uns gemeinsam ... ... in Schlaf geweint haben. Auch. Das kam dann danach, weil die Geschichte sehr traurig war, aber wir wollten mal gucken, ob wir das videotechnisch alles heute umsetzen können. Deswegen das Gespräch im Restaurant mit Barbie im Background. So Leute, auf jeden Fall sind die Links in der Beschreibung. Die liebe Eske, die legt schon wieder los und zwar ... zeitnah. Eske, bist du bereit? Wir haben es schon wieder nicht gesagt. Was denn? Das Format, dass aus Müll noch mehr Müll macht. Ja, weil X-Mas Special dazwischen kam. Jetzt weiß ich auch warum. Können wir es sagen? Ja. Und zwar, liebe Freunde, ich muss gerade hier den Wert einstellen. Willkommen bei Zerstörte Minuten. Das Format ... Das aus Müll noch mehr Müll macht. Los geht's. War's das schon? Ich glaub, es ist kaputt. Ja, das war mehr Gerede als alles andere. Macht aber nichts, denn es gibt noch viele weitere Folgen. Bis morgen. Das war echt alles. Bis morgen, Leute. Sorry fürs Gelaber. Tschüss.